Die Zeit ist gekommen. Führt die Order 66 aus? Ja, mein Lord. Ich bin mir relativ sicher, jeder, der auch nur einmal Star Wars gesehen hat, kennt die Order 66. Palpatines geheimen Befehl, den er in Episode 3 die Rache der Sith an die Klonarmee richtete, um damit die Jedi zu vernichten. Ich bin mir aber auch genauso sicher, dass kaum jemand die Order 99 kennt. Auch wenn sie nur einmal kurz erwähnt wurde, finde ich sie dennoch nicht gerade unwichtig. Aus diesem Grund werde ich euch jetzt diese Legends-Geschichte kurz vorstellen. Dieser Befehl, der in einem Star Wars Comic auftauchte, wurde ein Jahr zuvor in den Klonkriegen erteilt und erfüllte einen wesentlichen Teil von Palpatines Plan, die Jedi auszurotten und die Galaxis zu beherrschen. In der Geschichte von Star Wars war die Order 66 ein absolutes Schlüsselereignis, da die Ausführung den Höhepunkt von Die Rache der Sith darstellte und der Schlüssel zu Palpatines Plan war, die Galaxis zu kontrollieren. Sie legte gleichzeitig den Grundstein für die Position der Jedi in der Original-Trilogie und den Sequels, die einer sterbenden Religion, deren Anhänger entweder getötet wurden oder sich ins Exil zurückgezogen hatten. Die Order 99 hingegen war ein Befehl für die Droidenarmee der Separatisten während der Ära der Klonkriege und wurde in dem Comic mit dem sensationellen Titel Das einzig gute Klappergestell gezeigt. Dieser kurze, achtseitige Comic wurde erstmals im Oktober 2011 veröffentlicht und gilt daher als Teil der Legends-Kontinuität, nachdem Disney Lucasfilm im April 2014 aufgekauft hatte. In diesem Comic wies Sidious seinen Lehrling Count Dooku an, ein Experiment durchzuführen unter einem separatistischen B1-Kampfdroiden, der sich in einem Konflikt mit republikanischen Truppen auf dem Planeten Bogoa in der Expansionsregion der Galaxis befand, die Order 99 zu erteilen. Dookus Befehl zwang den Droiden, seine vorherige Programmierung, die republikanischen Streitkräfte zu töten, zu ignorieren. Daraufhin fing der Droide, der sich Koppertop nannte an, Truppen beider Seiten medizinische Hilfe zu geben. Koppertop leistete gerade einem verwundeten republikanischen Soldaten medizinische Hilfe, als er von Klonkommandant Cody und General Obi-Wan Kenobi entdeckt wurde. Als Kenobi den Droiden nach seiner Kennnummer und seiner Kampfrichtlinie fragte, antwortete dieser, Kenobi war von dieser Aussage und der Beschreibung des Droiden über die Order 99 verwirrt, hatte aber keine Zeit, um darüber nachzudenken, da die Gruppe in diesem Moment von Asajj Ventress angegriffen wurde. Die Dunkle Jedi wurde von Dooku ausgesandt, um den abtrünnigen Droiden der Konföderation zu finden. Kenobi und seine Klone verteidigten ihn zunächst, aber der Droide ergab sich schon bald Ventress, um einen Konflikt zu vermeiden. Einen kurzen Moment später schnappte er sich einen Blaster und schaltete sich selbst dauerhaft aus. Trotz Koppertops überraschender Aktion und des Versagens von Ventress, den Droiden zu bergen, solange er noch funktionsfähig war, betrachtete Doku das Experiment als Erfolg. Er berichtete dies seinem Meister Darth Sidious, der zustimmte, dass das Experiment bewiesen habe, dass man einem Droiden befehlen könne, seine ursprüngliche Programmierung zu ignorieren. Für Sidious waren Klone und Droiden dasselbe. Beide waren lediglich programmierbare Werkzeuge, die seinem Zweck dienten. Order 99 legte den Grundstein für die Order 66, die vorsah, dass die Klontruppen, die zur Verteidigung und zum Kampf mit den Jedi programmiert worden waren, ihre Loyalität von jetzt auf gleich umkehren zu können und stattdessen die Jedi angreifen würden. Obwohl der Befehl 99 in Star Wars Legends nur eine Fußnote darstellte, bewies das Experiment, dass die Ausführung auch durch Druiden hätte passieren können. Sidious war also für alle Eventualitäten vorbereitet. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat die kurze Übersicht über die Order 99 gefallen. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, so holt das jetzt sehr gerne nach. Vergesst hierbei allerdings nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur so stellt ihr sicher, dass ihr in Zukunft bei wirklich jedem neuen Video von mir benachrichtigt werdet. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.